K. oder was? Okay, ich nehme sie alle Hubs. Nicht. Ich habe einen Minigun. Ich habe einen Minigun. Ich habe einen Minigun. Es war eine Minigun. Ich bin schon vorbei. Ja. Ich bin wieder zweiter. Schnell gegen eine neue Runde. Warte mal. Ich bin aber der erste. Ich habe nur drei Kills. Ich komme auch nie in eine Runde, die Leute. Okay, ich habe gewonnen. Ja, du. Endlich, ey. Ich bin letzter. Eigentlich, sobald man nachlädt, hat man verloren. Ja. 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 Der schießt ja nicht. Ja, manchmal auf die Range. Ja. 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 Also. Ja, wie in alle ihre Stelle. Ich leopping. Ja. Na ja. ja wenn der schon level 31 ist und ich level 9 und der andere level 23 von hinten ist immer so eklig denn erster was 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 ich bin erster mit neun geht's wir mein gott der eine scooter hat mich jetzt eingeholt ich habe das mit viel geführt ja ich führe auch ich führe wieder mit vier immer diese drei vier sniper hintereinander ich führe mit fünf habe 17 ich habe 16 führer baum diese pistols alter grausam sind im game ja ich habe einen kontroller in der hand ach das war nacken ich habe gewonnen ich habe einen kontroller eingeschlagen das war meine letzte waffe ja und er hat einen schutz und kommt auf mich zu wie soll ich ihn dann nehmen ich brauche noch drei kills das war easy so nur noch messer nur noch messer ist das mein back to back mein zweiter sieg in folge nein er lässt sich nicht messern ich wollte ihn gerade messern und mich tötet ein anderer und rettet sein leben ich war hinter ihm ach komm jetzt holen wir mal back to back gewinnen ich schaff das ja gewonnen scheiße schön beides aufgenommen dann können wir erstmal hintereinander oglen warten wir antworten warte ich dachte weil da stand der heißt ich bin lagerhaus ne weil da an youtube stand deswegen dachte ich das nicht ich bin hi nice na geht so ich hab zwei mal hintereinander an der piste wenn ich jetzt back to back to back mache oh mein gott nein und dann wieder die shotgun und ich war kacke die insel amanda pferdchen nein was habe ich ihnen turn angegeben kleinen wichser ich schieße oft ohne mal mit ranzuhen ja wenn man jetzt nur einladen könnte würde mehr bock machen ich führe mit drei oben auf dem dach das schwanzlose gesicht nein nein ich höre mit ich höre mit ich höre mit oh mein gott oh mein oh mein beste runde meines lebens oh einer hat mich überholt er hat mir jetzt echt mein kill weg genommen was gibt es denn ich brauche nur noch messer ich führe mit fünf das gibt es nicht ja gewonnen back to back to back alter wuuh bm oh mips cool pistole ist so ein rotzern ja er hat jetzt schon vier kills die habe ich mit katze hier mit schleich es leiden gleichen sind ja ich diese gefurte kipps in der ecke hat der schöne schott kann also der schutz von mir ich habe ich dachte er wäre schon tot vom aufgehört fehler ach komm und da springt er mir mit seinem nackten arsch ins gesicht so der eine kämpft in der ecke und tötet mich was wie kann man denn hier kämpft mal doch der erste kriegt mich ich bin wieder jetzt wir haben drei leute 15 der rest 13 ich hab 15 der zweite 11 drei leute 15 der rest 13 das ist mir runde alter 16 16 16 15 13 man muss das für den pistol ok nur noch messer beziehungsweise axt ja wieder gewonnen digger ich schwöre back to back to back to back alter vier mal hintereinander ich mache so lange bis ich einmal verliere ja jetzt zeigt sich wie der meister ist ja genau wieso hat der schöne dinge ich hab dich geholt oder nochmal noch mal ich sag doch ich bin hier der gönner du hast null kegs nö 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 adles nö 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 Welche denn? Ja, keine Ahnung Es haben doch schon zwei Leute sieben Diese Penner Ich krieg keinen damit! Was? Der eine hat neun, er geht ab, er cheatet Ich hab auch sechs Oh, ich bin in deiner Lobby und deswegen verkacke ich Yo! Er spawned in meiner Mutter Oh, er hat schon Sniper Er hat fünf, er ist der Beste Er ist der Beste den ich je gesehen habe Dann wieder hackt der Junge oder ich weiß nicht Ja und er hat Spawnschutz Also der Spawnschutz muss eigentlich weggehen Sobald der Gegner auf einen schießt Ja, auch wieder Spawnschutz Keine Chance, was soll ich da machen? Soll ich war das Ja, was soll ich da machen? Tschüss! Ja, Spawnschutz fix Ja, der eine hat schon gebrannt Krass Naja Ich hab 13, aber Oh, ihr gebt mir ne Nackernwaffe auf mich! Keiner darf ihn töten, das für ne Nackernwaffe Ich hab 15 Ich bin dritter Ich bin dritter Es war immer ein fünfter Sieg gewesen Ich bin dritter Ich bin dritter Es war immer ein fünfter Sieg gewesen Nur wegen dir